Willkommen zurück hier bei Call of Duty Modern Warfare 2. Folgen Sie der Kugel. Alejandro Rojas. Nie von ihm gehört, Sir. Sie kennen ihn als Alex der Rote. Er hat alles vorbereitet. Eine Kugel löst den Zaun einer ganzen Nation aus. Was bedeutet... Hier ist unser Ticket zum Makarov. Oh, Rio de Janeiro. Sehr schön. Ghost, die Kennzeichen stimmen. Verstanden. Irgendwas von Rojas rechter Hand. Negativ. Sie haben schon zweimal angehalten. Kein Zeichen von ihm. Sie halten schon wieder an. Sekunde. Positive ID. Diese Kerle scheinen nicht froh zu sein, ihn zu sehen. Ghost, wir haben hier ein Problem. Runter. Runter. Er haut ab. Roach. Schnell los. Schnell los. Tusk. Unser Fahrer ist tot. Wir sind zu Fuß. Kraftpunkt beim Hotel Rio. Verstanden. Bin auf dem Weg. Alter. Es gelingt ja gleich richtig hier. Er ist in die Gasse. Ich habe ihm in die Hüfte geschossen. Roach. Schnell los. Schnell los. Ghost. Unser Fahrer ist tot. Wir sind zu Fuß. Kraftpunkt beim Hotel Rio. Verstanden. Bin auf dem Weg. Er ist in die Gasse. Vorsichtig schießen. Wir brauchen ihn lebendig. Roach. Zieh ihn dir auf sein Bein. Er ist getroffen. Tja, das war schnell eingefangen. Das wird einige Zeit dauern, Roach. Gehen Sie mit Mead und Royce durchs Elendsviertel und suchen Sie nach Rochas. Er ist dort rein. Achtung. Es sind Zivilisten im Elendsviertel. Platzierte Schüsse setzen und vorsichtig vorgehen. Mead, schaffen Sie die Zivilisten raus. Roger. Roger. Okay. Das wird einige Zeit dauern, Roach. Gehen Sie mit Mead und Royce durchs Elendsviertel und suchen Sie nach Rochas. Achtung. Es sind Zivilisten im Elendsviertel. Platzierte Schüsse setzen und vorsichtig vorgehen. Mead, schaffen Sie die Zivilisten raus. Roger. Mhm. Bravo, Lex. Wir haben die Pfeilchen im unteren Dorf angegriffen. Los, ich bin bei Ihnen. Auf die Decke achten. Los. Wir haben die Pfeilchen im unteren Dorf angegriffen. Ich sehe ihn durch. Ich sehe ihn durch. Ich sehe ihn durch. Das ist weiter. Hopps. clan Go. Bein Das gibt es doch nicht. Hä? Allein da oben! Ich sehe die Granaten, Manu. Hallo? Royce, Lagebericht. Over. Überall Militkämpfer, aber kein Zeichen muss rochen. Over. Verstanden. Weiter suchen und Bescheid geben, wenn Sie ihn sehen. Ende. Los, Beheilung, los! Hä? Wo konnte da noch einer herkommen? Royce, Lagebericht. Over. Überall Militkämpfer, aber kein Zeichen muss rochen. Over. Verstanden. Weiter suchen und Bescheid geben, wenn Sie ihn sehen. Ende. Los, Beheilung, los! Los, Beheilung, los! Los, Beheilung, los! Los, Beheilung, los! Geben, Los! Detendierter! Das ist nicht, dass du mit. Konzept der Fähne, los! Konzept der Fähne, los! Konzept der Fähne, den wir uns schauen. Fähne, los! Da, los! Los, Beheilung, los! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's. Alter, meine Zivilisten reingelaufen ist sowas. Alter, ich habe ihn nicht gesehen. Nein, das ist eine Schwierigkeit, wofür schon. Jetzt in Sicht. Alter, meine Zivilisten reingelaufen ist sowas. 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 Das ist eine Schwierigkeit. Die Zivilisten reingelaufen sind sowas. llegó in der Mitte deses. Pinze an der Hüge. Sie sind vom in der Mitte. Sie sind vom Westen. Wir wissen wo Rojas ist. Er ist nach Westen unterwegs, entlang der oberen Elendsviertel Ebenen. Wir sorgen dafür, dass er nicht zu uns zurückkommt. Schneiden Sie ihm oben den Weg ab. Wir haben keine Zeit für Verstärkungen. Sie müssen das selbst regeln. Viel Glück, Ende. Wir haben keine Zeit für Verstärkungen. Sie müssen das selbst regeln. Viel Glück, Ende. Sie müssen das Schwerpunkt in der Kurve zu erzeugen. Meine Güte, sie sind in der Suche. Der Polizei ist nebenan an der Suche. Hier kommt die Runde. Er ist los, die Schwerpunkt in der Suche. Er ist die Schwerpunkt in der Suche. Scheiße! Auf die Dächer achten, Roach. Wir wurden schon von Raketenwerfern und MG ist von oben geschossen. Roach, wir sind unter starken Beschuss von der Miliz. Aber ich verfolge Roachs immer noch. Er geht in ein Gebäude. Sehen Sie ihn, Ghost? Verstätigt. Er klettert auf ein Dach und trägt einen schwarzen Zack. Das wird ihn aufhalten. Roach, wir verhindern, dass er wieder umkehrt. Weiter vorhelfen und anfangen. Los, los. Weiter. Roachs mehr hat sich immer noch. Ja, seit er das Leben trifft ist. Roach, lassen Sie sich nicht zu lange von der Miliz aufhalten. Blitzkarnafen einsetzen. Ich habe ihn wieder. Los, los. Sehen Sie mit mir. Die Finale ist an. Er versucht euch zu uns. Alter, da kam ein Raketenwerfer. Und Anfang. Los, los. Ja, hallo. Yo. Weiter. Roachs mehr hat sich immer noch ihrer Seite des Elendsviertels. Roach, lassen Sie sich nicht zu lange von der Miliz aufhalten. Blitzkarnafen einsetzen. Ich habe ihn wieder verloren. Ghost, reden Sie mit mir. Ich bin an ihm dran. Er versucht sich die unteren Gassen umzukehren. Verstanden. Bleiben Sie da. Ja, ich bin mir prauf. Schalte Whisper. Oh, nein. Oh, sie waren also samp lados. Oh, sie haben fucking games. Oh Ich habe Sichtkontakt zu Rochers. Er ist auf dem Markt. Verstanden. Ich gehe auf die Dächer und versuche ihn von rechts in den Weg abzuschneiden. Er muss dann nach Westen. Ich stehe unter starken Barschus von der Miliz. Ich glaube, ich kann ihn auf dem Markt nicht erfassen. Ich muss einen anderen Weg finden. Ich sehe die nicht. Ich bin etwa einen halben Kilometer östlich vom Markt. Ich kann sehen, wie Rochers über die Dächer rechts von mir läuft. Ich sehe ihn nicht. Wo war er? Suche die zerpflücken mich ich bin etwa einen halben Kilometer östlich vom Markt ich kann sehen wie Rochas über die Dächer rechts von mir läuft verstanden Roach, wir treiben ihn näher zu Ihrem Alter des Hügels halten Sie die Augen nach Rochas offen er kommt über die Dächer ich sehe doch, Herr Sör ich kann an einem Kugab-Einschuss passieren dann laben wir ihn negativ, das Risiko ist zu hoch nicht angreifen Mist, verstanden gehen Sie weiter den Hügel auf Roach ich habe ihm den Weg abgeschnitten er muss nach Westen, über die Dächer Roach der Kind das Gebiet tut, aber wir können ihn einkesseln nicht nachlassen los, los er ist über den Tau ich bin dran Rocha, ich gehe links rum Rocha, er nähert sich Ihrem Teil des Elendswirtels weiter, los, los Rocha, ich habe noch was gefunden er versucht zu entkommen in Ihre Richtung nicht auf ihn schießen wir brauchen ihn lebend und unverletzt wir brauchen ihn lebend und unverletzt wie soll ich da drei weg machen die gerade vier weg machen die gerade da oben sind wenn ich da ankomme aber das war es von dieser Folge wir sehen uns in der nächsten wieder bis dann rot da rein Untertitelung. BR 2018